46% Rentenerhöhung in Westen und 51% im Osten. Zahlen, über die wir uns wirklich sehr freuen können. Mein Name ist Peter Knötte, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Der Rentenversicherungsbericht 2022 der Bundesregierung, federführend durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales veröffentlicht, zeigt uns, wie es mit der gesetzlichen Rente tatsächlich bestellt ist. Auf rund 150 Seiten kann man vieles Gutes, aber auch zum Teil erschreckende Zahlen erkennen und nachlesen. Ich habe in einem weiteren Video von den niedrigen Durchschnittsrenten im Jahr 2022 berichtet. Aber es gibt auch Anlass zur Freude. Die Rentenwerte in West und Ost haben sich seit 1992 deutlich nach oben entwickelt. Die Rentenwerte West und Ost sind Teil der Rentenformel zur Berechnung der monatlichen Brutto-Rente. Der aktuelle Rentenwert Ost ist seit dem 1. Juli 1991 von damals 10,79 Euro auf 29,69 Euro zum 1. Juli 2017 gestiegen. Er hat sich de facto fast verdreifacht. Der aktuelle Rentenwert Ost hat sich sozusagen um 51% erhöht und liegt nunmehr oder lag bis zum Jahr 2017 bei 95,7% des Rentenwert West. Im Jahr 2022 liegt der Rentenwert Ost ab dem 1. Juli 2022, Sie wissen das, Rentenerhöhung 2022 bei 35,52 Euro. Er soll sich nach den Prognosen des Rentenversicherungsberichts auf 37,03 Euro zum 1. Juli 2023 erhöhen. Also das ist die prognostizierte Rentenerhöhung zum nächsten Jahr. Der für die alten Bundesländer maßgebende aktuelle Rentenwert hat sich seit dem 1. Juli 1991 um 46% erhöht. Seit dem 1. Juli 2022 liegt der aktuelle Rentenwert West bei 36,02 Euro pro oder für einen Entgeltpunkt und soll sich zum 1. Juli 2023 auf 37,29 Euro erhöhen. Mit dem Rentenüberleitungsabschlussgesetz werden die Renten in Ost und West vollständig angeglichen. Die Angleichung der Rentenwerte hat zum 1. Juli 2018 begonnen und wird zum 1. Juli 2024 beendet sein, abgeschlossen sein. Die weiteren Rechengrößen in der gesetzlichen Rentenversicherung wie Durchschnittsentgelt, Bezugsgröße, Beitragsbemessungsgrenze werden in sieben Schritten bis seit Januar 2019 auch angeglichen. Das gesetzliche Rentenrecht wird zum 1. Juli 2024 einen einheitlichen Rentenwert haben. Rentenberechnungen für beitragspflichtige Einkommen ab dem 1. Juli 2024 und die allgemeinen Rentenerhöhungen ab dem Datum und dann folgend werden dann nur noch mit dem einheitlichen Rentenwert berechnet werden. Für die davor liegenden Zeiten gelten immer noch die unterschiedlichen Regelungen des Rentenwerts Ost und West nach dem SGB VI. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel KINDER